Ey, er sieht ganz gut aus. Dann auf in dieser roten Frisur! So, weiter geht. Jetzt sind sie wieder ein Bull-Schul-Fee. Girl-Shooper-Fieber. Und natürlich sind sie alle und alle Girl-Shooper. Alter! Der extreme XP-Boost ist ja immer noch da. Wie lange denn noch? Der hat ihm niedergeknüppelt. Wer hat's nicht gehört. Und direkt bei ein paar Stufe 13. Easy! Man bekommt doch XP, wir ohne Ende. Auf einmal... Äh... Fünffaches... XP-Wochenende oder so? Wiemann das doch bitte nennen darf. Man bekommt so viel XP, es ist übertrieben. Ich will ihn anbekommen. Allein nur für ne Truhe. 808... EP. Allein für ne Plündermedaille. Nicht mal aufgewertet. Nicht mal aufgewertet. 1808 EP. Also echt. Buh! Buh! Hey! Das ist der übertriebene Überraschungsangriff. Aber... jetzt auch egal. Der Flex-Deal ist. ϊ Das ist ein Interview. Das war's. Ich hasse was, wenn dieser Controller das alles automatisch... Ah, jetzt hab ich's. Ich muss kurz was machen, bin gleich wieder da. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin wieder da. So, jetzt hab ich mein Mini. Das war's. 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 ganz nice. Denn ich hab' den direkt bekommen und fertig. Ich habe noch meine 1000 경우 100 E-Bugs. 1200 E-Bugs noch auf Lachen, die ich allen gesammelt hab. Und sie bis jetzt nicht ausgegeben werden. Ich werde sie richtig lange sparen. es ist wie wachs ist kann ich auch mal was richtig geiles darauf war ich mich war mir auf mindestens 2000 wie wachs habe jetzt die das so ungünstig ich habe nicht viel netz das ist so ungünstig da müssen wir ein xp bekommen dieser gegner hat echt gerade keine netz und dann attackiert er mich noch richtig genau in meine richtung und wegen gegen mich kämpfen das war nicht Falsch Waaaass Waaaaass Waaaaaaaaaass Waaaaass Warum? Ich brauch doch nicht so einen krank Hallo Gegner. Und so kann ich da mal. Kommt her! Ich warte. Warum baut er nicht? Warum tut er so was? Er bringt mich grad komplett um. Scheiß. Das kann ich grad nicht sagen, aber weiter. Wettkitt. Oh mein Gott. Nimm es! Nimm es! Da muss ich da noch irgendwie durch. Ist auch noch sehr schwer, das zu klären. Weiter, weiter, weiter. Also... Ich hab... sowas von diesem... doofen... Schurm kassiert. Oh Gott. Ein Nude-Shop werft mich jetzt nur vor. Ich wusste es! Ich dachte schon, es wäre irgendein Busch. Guck ich genauer. Aber es ist auf jeden Fall ein Gegner. Der sich diesen Nude-Shop abziehen will. Aber er gehört mir. Schnell kann er das bemerken, Mann. Reflexe. Das ist die Mäke. Ich war's nicht. Besuch. Die Mäke. Ist auch ein Geräusch. Jetzt kommt der Mäke. Me επι all die Übersetzung. Das ist,iyah. Die Mäke. Das ist so... Meine Güte. Gibt mir dieses Mad-Kit, Mann. Alter. Boah. Wenn er im Sturm stress ist. Einfach durchschießen. Egal ob's. Egal ob's. Schlecht ist oder so. In dem Moment musste man durchspähen. Der wollte mich die ganze Zeit irgendwie einbauen. Aber das geht ja gar nicht, weil er selber laufen muss. Das ist ja das Dumme. Hab' ich ihn gar nicht verstanden. Ich sag, das ist da offen. Bitte. Ne, ist nicht offen. Open. Okay. Ok. I will see. Hydro towards that. I will see. I will see. I will see. I will see. I will fire. I will fire. Hey, okay. I will fire. A wenigсти. Das ist jetzt ein Reiter. Erstmal entspannt nachladen und den letzten Gegner fetzen. Und ich hab wieder mal gar keine Ahnung, wo er ist. Ich hab sechs Traps. So viel hatte ich noch nie. Ich brauch erst einen Ziegel. Und ich muss erst mal gucken, wo der Typ ist. Das heißt, sie seh ich nicht. Sehr wahrscheinlich in diesem blöden Gebäudchen. Da ist er. Ich sie seine Waffe rausstecken. Ja! Epischer Sieg! Erster und epischer Sieg! Oh! 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 Sieg! 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 Sieg!